ja Leute ich bin heute mal wieder in der Rhön zum langlaufen unterwegs ehrlichstes Wetter kann ich jedem nur empfehlen macht richtig spaß gut für die Gesundheit an der frischen Luft und heute noch kein einziges mal gestürzt also ich korrigiere heute erst einmal gestürzt macht richtig spaß so eine